hallo und herzlich willkommen wieder ja ja ich habe mich entschlossen wieder neu anzufangen in spielstand anzufangen weil es gab sehr probleme mit meinen dings warum auch immer keine ahnung und ja jetzt mal erstmal ein paar einstellungen machen dass das hier alles passt und ja dann wie gesagt werde ich sehen dass sich das hinkriegt neu vorstellen dass man auf drei tage so war das auch gemacht immer das war auch ein schmutz automatisch dort das war mal ist das war ein spritverbrauch normal das haben alles aus machen ja 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 ich weiß nicht was da war das letzte mal bei den beim letzten links da ging gar nichts mehr irgendwie hat so ein eindruck ich habe es auch im offline modus noch mal probiert aber ja es ist halt so und dann fangen wir halt hier noch mal neu an und dann wird man sehen ja viel geld habe ich gerade nicht aber da müssen wir sehen hier ist meine stadt vorpark und warum das immer da oben ist das verstehe ich auch nicht aber egal und müssen halt durch das schieben und das dahin hast du es so dann müssen wir mal gucken wie und was sagt das hier ist mein stadtpark alles das ist nicht viel aber auch besser wie gar nichts jetzt müssen wir aber glaube ich erst einmal den beruf kaufen da gehört er mir schon hey da gehört mir schon das ist auch gut und dann gucken was wir hier haben so das wäre glaube ich andere reif das behaupten dann werden wir das nun gleich hier mal abgucken Ich hoffe, dass wir da ein Mais-Schneidwerk haben. Oder beispielsweise das normale. Entschuldigung. Und dann werden wir das Teil von hier abernten. Ich hoffe, das passt alles. Jetzt haben wir es. Ich hoffe nicht, dass das so funktioniert jetzt. Wir werden abernten. Ich hoffe, das passt. Wenn das natürlich alles passt, dann ist das perfekt. Auch wenn wir da was anderes anfangen. Das geht natürlich nicht. Das verstehe ich jetzt auch. Ich sehe aber auch nicht, dass das hier irgendwie... Das ist aber alles angezeigt. Das kann auch sein, dass das... Weil das Mainz Feld ist. Oder Mainz ist, wird es bestimmt noch nicht angezeigt. Denke ich. Ja, wenn wir mal jetzt sehen, jetzt hier. Gucken wir mal, ob das andere Feld hier anzeigt. Weil das ist ja nicht Mainz. Ah, das ist ja so. Dann ist das klar. So, dann gucken wir mal im Menü rein. Ob das jetzt ein Wachstum ist oder nicht. Ja, da zeigt er mir nichts an. Irgendwas hat doch hier nicht hin. Das ist erntereif. Also... Dann müsste das doch theoretisch gehen. Wenn nicht, dann muss ich... Ich muss das mal schnell gucken im... Okay... Das ist... Okay... Das sieht hier aus. Da ist er ein bisschen. Das heißt, ich muss mir ein anderes Schneidwerk mal schnell holen. Das ist ja auch schade, wenn das jetzt hier wieder kaputt geht. Das ist ja auch so. Da ist es ja auch so. Das ist ja auch so. Da ist es ja auch so. Ja, da haben wir jetzt wieder kein Geld großartig. Aber das ist auch nicht so schlimm. Man kann ja ernten alles. Da kann man ja... Äh... Schon ein bisschen Geld machen. Von daher... Ja... Muss man es halt jetzt mal sehen. Wie und was. Jetzt können wir nochmal einstellen. Jetzt werden wir erstmal schnell das Feld machen. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Dass wir dann nicht zurechtkommen. Und dann haben wir uns hocharbeiten. Das hilft ja noch alles nichts. Weil... Ja, ich weiß nicht warum das nicht ging. Mit dem Feld. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was hat da nicht hinter ihm. Aber naja... Fängt man halt nochmal neu an. Das ist kein Problem. Und... Ja, dann mache ich das halt neu. Und... Äh... Dann bauen wir hier jetzt auf. Ich hoffe euch wird es gefallen. Aber ihr bleibt mit dabei. Aber es wird jedenfalls immer dienstags... Und... Ja... Wahrscheinlich Mitte oder Donnerstag eine neue Folge geben. Und live streamt es vielleicht auch mal geben davon. Und... Ja... Wird man sehen. Und... Äh... Wie gesagt... Ich mache da eins nach anderen. Kein Stress. Kein gar nichts. So. So ist es noch mal gucken. Ob das schon aus mir. Das geht. Das ist dann perfekt. Seht ihr? Das ist ein bisschen besser. Da ist das falsche Schneidwerk. Ich habe ja noch keine Produktion. Gar nichts. Und... Allgemein so nichts. Ja... Und es wird dann... Verkauft. So... Dann brauchen wir jetzt eine Taktur. Auf alle Fälle. Anhänger. 설che. Ja... Dann ist das. Ja... Eine kleine. Eine kleine. Einzelne. Und... Aus dem. Gebeißt. Oh... Um... fertilizer. Unrecher. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das gleich verkaufen können, dass man den Geld für Diener, aber wir haben ja noch nichts, und ja, wie gesagt, die Autodrive-Kurse, die gleich dann noch reinnehmen, vielleicht dann machen wir, wenn die Folge vorbei ist, dass die drin sind, dann gucken wir mal, da sind wir nicht hin, da wollen wir nicht hin, ja, wir wollen ja da hin, so, wir haben natürlich Multifrucht hier drauf, ist klar, sollen wir bloß erst mal gucken, 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 ob wir haben, auf dem Bahnhof und am Hafen, der Hafen wäre jetzt ein bisschen weit, sage ich mal, aber ich habe auch kein Silo da, weil das kann ich mir jetzt auch noch nicht leisten, so, da ist man auch nicht immer voll. Ja, wie gesagt, wir kriegen das schon hin irgendwie, und man muss halt neu anfangen, also sagen wir, ich muss neu anfangen, ich weiß nicht, was da war, irgendwie hat es meinen Spielstand zerschossen irgendwie, aber das ist nicht so gut, da fangen wir halt neu an, und dann wird das halt auch fertig gemacht, nein. Keine Ahnung, dass das war oder ist, irgendwie auch immer. Super, ja, passt das schon, kann ich nicht sagen. Ja, das geht natürlich nicht, das, was wir brauchen. ja so ja machen an Was habe ich gesagt im Hafen gibt es Meister. Aber was bleibt mir anders üblich, wenn wir das machen, sonst geht es hier nichts. Ich hoffe mal, dass ich jetzt auch so halbwegs richtig fahre, aber ich denke ja schon. Also seht ihr auch noch ein bisschen was von der Map, die ist ja schon wieder eine Weile raus. Also das ist ja auch ein neues Update hier. Das müsste die 1, 2, 3 sein glaube ich. Ah, ist ja egal. Hauptsache ihr habt Spaß beim Zuschauen und macht ein bisschen mit. Das ist halt die Hauptsache. Wie gesagt, jetzt werde ich erstmal hier das jetzt hier verkaufen und ein Feld abernten. Was ich habe auf dem Hof ist halt nicht viel. Was da ist auch besser wie gar nichts, sag ich mal. Und von daher würde das schon passen. Ja, ich muss halt komplett von der Anzahl. Aber ein Abend was mir gespielt, dann aber auch. Ja, wir machen auch bis heute. Ja, wir machen auch bis heute, ne. Ja, ich weiß noch nicht, vielleicht werden wir ein, zwei Folgen pro Woche kommen, aber drei Folgen pro Woche, wie gesagt, das wird noch entschieden. Und dann, ja, wie gesagt, wird es schon werden, denke ich, ist optimistisch. Ich hoffe nur, euch gefällt es. Klar, es lohnt neu anzufangen, aber was will ich noch machen? Und mich würde es freuen, wenn ihr dabei bleiben würdet. Da würde ich jetzt hier nochmal neu anfangen. Ich hoffe, dass ich das dann ausbauen kann, jetzt so richtig. Da, jetzt ist hier noch alles leer und nichts da und so, das ist verständlich. Aber es wird halt auch eins nach andern. Aber, ja, wie gesagt, man muss halt mal anfangen. Und von daher, ja, jeder Anfang ist schwer, ganz normal. Aber so ist es halt so, jetzt gucken wir mal. Äh, einfach noch abladen. Und da läuft der Lügel, das ist doch schön. Jeder, jetzt habe ich das Schneidwerk mehr oder weniger schon wieder rein. So, dann fahren wir mal zurück zum Hof. Und da ist nicht gerade viel jetzt, was hier passiert. Aber zu Ende ist eigentlich sowieso. Aber hier ist ja nicht sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles wird gut und dann, wie gesagt, werde ich das Feld jetzt hier in Offline-Modus weitermachen. Dann viel Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo würde mich richtig sehr freuen oder über einen Kommentar. Und ja, dann sieht man mal das nächste Mal, wie es hier weitergeht auf den Hof. Und ja, habt viel Spaß beim Anschauen und bis demnächst. Euer Gamer Chavo. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.